Ja, und das ist jetzt hier ein Country-Song, im Original Wichita Lineman. Und in meiner Version heißt er, ich bin der DHL-Paketmann. Und die Musik, zu der ich singen werde, die kommt hier aus meinem Handy raus. Das ist einfach eine Karaoke-Version von YouTube, die ich mir runtergeladen habe. Ich starte mal. Ohne, hier. Ich bin der DHL-Paketmann, und ich fahre durch die Stadt. Ich kenn all die vielen Lustmäuser. Ich bin der DHL-Paketmann, in Berlin. Manch ein Wunders, dass ich niemals. Ja, als Hochpater willkommen. Ich bin der DHL-Paketmann, und ich bin der DHL-Paketmann, und ich bin der DHL-Paketmann. Ich bin der DHL-Paketmann. Ich bin der DHL-Paketmann, und ich bin der DHL-Paketmann. Die Idee kam nicht von mir, sondern vom Amt. Ich habe gesagt, ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht machen, ich kann es nicht machen. Ich habe hattets bevor Zeit. Die Frau im Amt fing an zu lachen, na das gab's noch nie, ein Treppenhaus. Es wurde mir protestiert von einem Kumpel, der studiert, Psycho, wo und ihr ganz oben und hier. Es klingelt, denn dieser Fall hat es nie. Bei mir, denkt bitte dran und habt's verstanden. Für meine Treppenhaus. Das war's. 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 Das war's.